Wie weiter mit den Parkplätzen in der Barlachstadt? Die Verwaltung wollte einen Grundsatzbeschluss herbeiführen, der die Möglichkeit prüft, dass bisher noch nicht bewirtschaftete Parkflächen in eine entgeltliche Nutzung überführt werden können. Vor fünf Jahren wurde die Bewirtschaftung des öffentlichen Stellplatzangebotes letztmals geüberprüft. Dabei wurde auch die flächendeckende, entgeltliche Bewirtschaftung von Parkplätzen unmittelbar in der Altstadt beschlossen und umgesetzt. Aktuell werden insgesamt 303 Stellflächen über 20 Parkscheinautomaten in der Altstadt je nach Lage in zwei Zonen eingeteilt. In den am besten gelegenen Stellflächen ist das Parken bis zu einer, auf den anderen Plätzen bis zu zwei Stunden erlaubt. Die Gebühren gelten als moderat und betragen bei 30 Minuten 20 Cent, bei 60 Minuten 50 Cent und bei zwei Stunden 1 Euro. Monatlich erzielt die Stadt über die Parkscheinautomaten Einnahmen zwischen 11.000 und 12.000 Euro. Im Jahr 2017 flossen so gut 149.000 Euro ins Stadtsäckel, im ersten Halbjahr 2018 wurden über 71.000 Euro erwirtschaftet. Die in den letzten Jahren erfolgte Aufwertung der Innenstadt hat zu einem Anstieg des Bedarfs an Stellflächen für Pendler und Bewohner geführt. Zu den Herausforderungen der kommenden Jahre gehören die Sanierung der Parkplätze an der Schanze, Mühlentor, an der Bleiche und zu den Wiesen. Außerdem soll perspektivisch ein dynamisches Parkleitsystem aufgebaut werden. Für diese Aufgaben sollten Finanzmittel aus der entgeltlichen Bewirtschaftung des gesamten Stellplatzangebotes gewonnen werden. Da schon die Ausschüsse gegen den Grundsatzbeschluss waren und auch in der Stadtvertretung keine Zustimmung zu erwarten war, zog Bürgermeister Arne Schuld den Beschlussantrag kurzerhand zurück. Die Suche nach der Finanzierbarkeit von Parkflächen geht also weiter.